Huuu Okay, 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 wo muss ich jetzt lang? Nur zwei Patronen, ihr glaubt das nicht, Leute Eieieiei Oh, ne Schrotflinte, Gott sei Dank Waaaaas? 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 Kommt doch her Haha Du sollst... Die verd... Alter! Shit Man wird leicht aggressiv bei dem Spiel, okay Wir haben hier Lampen Die können doch bestimmt noch irgendwas anderes machen Kann man die bewegen? Nein? Dann sorge ich mal dafür, dass man einfach mal die Lampenmaler anmacht Oh, ich hör... Ich hör... Ich hör in Atmen Ja Ja, steht da, ich kann nicht lesen Dann Light you can... Wow, 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 ich hab's gehört Ich hab's gehört, hier war wir Hier war wir Ich hör doch, dass hier wer ist Ach, die Lampen gehen wieder aus, die wollt mich verarschen Ihr wollt mich verarschen Die wollt mich verarschen Die wollen mich verarschen Warum gehen die Lichter aus? Das gibt keinen Sinn Schnell rein, schnell rein, schnell rein Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein Jetzt nimmst du dir die Dinger und den Revolver Haha Alter, wie viele? Wirst du doch nicht erzählen, dass das so viele sind Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ja Alle auf einmal, oder? War's das? Bitte, 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 bitte Oh, das war meine letzte Blendgranate Oh, das ist... Es pocht alles Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Oh, so ein guter Spiel The Darkness Controls The... The Taken Ja, klar tut es das Die ganze Zeit in dem ganzen verdammten Spiel Wo lang Mann Okay Habe ich noch Oh, da lag was Da ist doch geglitzert, oder? Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man Oh man Klamotflasche Ein bisschen Kaffee Oh, Kaffee wär jetzt gut Kaffee wär jetzt echt Oh man Oh man, oh man, oh man Manuskriptseite, super Man muss sich voll auf das Spiel konzentrieren Tut mir wirklich leid, wenn ich nicht viel zustande bringe Vom Sagen her Aber so viel, wenn mal immer so viel drinnen liegen würde Jetzt haben wir zwei Fackeln, 32 Patronen und... Eine Schrotflinte Jetzt könnt ihr kommen Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne What? Alice? Was? Alan, Alan Ich habe solche Angst Lässt mich im Dunkeln stehen Ich brauche Hilfe Ich sehe dich an, Alan Und das bist nicht du Etwas anderes Holy shit Sieht mich durch deine Augen an Alice, ich bin hier Ich habe solche Angst Lässt mich im Dunkeln stehen Geht alles den Bach runter Und vorsichtig sein Kooperieren Es wird immer komplizierter, die Geschichte Die Verbindung beiden stehen schlecht Aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte Sie hatte unecht geklungen Aber sie hatte angerufen Alter Das ganze Spiel wird immer verwirrender Also die Geschichte Oh dieses Atmen, ehrlich Ich weiß immer, wenn dieses Atmen kommt Dann kriegen wir eine Kiste wenigstens Aber es ist so eklig Zu hören Schrotflinte Munition Oh herrlich Können wir nicht merken, dass da noch eine Schachtel Patronen liegt Jawoll Jetzt sind wir gut Oh Denkst du, ich habe dich nicht gesehen? Aua Schön Schön Man muss einen klaren Kopf behalten Dann klappt das wirklich einigermaßen gut Wirklich Puh Ah, ich muss nachladen Das Nachladen ist auch so eine Sache So Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus Ich hoffte dort ein Auto zu finden Uh, schon wieder Atmen Ich scheine auf einer Brücke zu sein Klar logisch, aber was für eine Brücke Oh Oh Gott Ist das geil Oh, Hammer Das ist ja geil Verdammt Oh Es wird immer schlimmer Immer schlimmer Immer schlimmer Noch leisamer Kasse würde ich laufen Alter, Alter, Alter Wow, wow Wow, holy shit, Alter Geh hier raus Was war das denn? Oh krass Über eine Art Lagerhaus Was muss ich machen? Krass Über eine Art Lagerhaus Ich hoffte dort ein Auto zu finden Krass, was war das denn? Follow Folge Follow Das ist krass, Mann Die verdammte Dunkelheit Kann man nicht mal in Ruhe lassen hier Ja Ei, 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 ei Boah, das ist krass Boah, das ist voll mies, Mann Ehrlich Boah, das ist voll mies, Mann Ehrlich Boah, das ist voll mies, Mann Ehrlich Oh, die Schütz Okay, okay, ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Wo lang? Wo lang? Oh, das war jetzt... Hui. Perfektes Timing. Oder auch nicht, im Gegenteil eher. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horror-Story sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Na, haben wir ja schon mitgekriegt, dass du Stephen King sehr verehrst. Gleich am Anfang der ersten Folge. Hat da ihn ja auch, glaube ich, zitiert. Sehr schön. Das ist wieder viel zu ruhig. Zu ruhig. Ja, zurück können wir als auch nicht mehr, wegen der Packung Patronen. Und wir öffnen einfach mal das Tor. Scheiße. Leute, nee, nee. Shit, shit, shit. Du kannst doch selber nachladen. Alan, ehrlich. Wieso? Oh, wieder so ein Panzer. Batterien fehlt es aber nicht. Hui. Ach, sieh eine an. Die Fässer können wir auch benutzen. Oh. Ai, ai, ai. Wow. Alter. Boah. Oh, keine Fackeln mehr. Das ist scheiße. Shit. Wir sind so gut wie tot. Lad dich auf, Alan. Bitte, bitte lad dich auf. Werd gesund. Letztes Mal zum Revolver. Ei, 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 ei. Aber ich schlag mich echt tapfer. Das muss ich zu hoch. Was? In light you can hurt them. Wer ist das? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Halber Munition. Und auch Batterie.